Trendige Zöpfe und elegante Kordelfrisuren. Mit dem Silvercrest Hair Twister gelingen diese spielend leicht. Einfach zwei gleich lange und gleich dicke Haarsträhnen in die breiten Öffnungen einlegen, spannen und los geht's. Im Handumdrehen zaubert der Hair Twister dir deine Lieblingsfrisur. Egal ob bei einzelnen Strähnen oder zauberhaften Kordelfrisuren. Tipps und Vorschläge liefert das Frisurenheft. Damit auch aufwendige Looks gelingen. Egal ob für den Alltag oder für besondere Anlässe. Auch Haarschmuck wie Satin oder Perlenbänder arbeitet der Hair Twister mühelos in deine Frisur ein. Dank des Batteriebetriebs stört kein Kabel beim Kordeln, Flechten und Frisieren. Trendige Frisuren im Handumdrehen mit dem Silvercrest Hair Twister. Exklusiv bei Lidl. Natürlich mit drei Jahren Garantie. Lidl lohnt sich.